Ich weiß nicht, was das jetzt war. Natürlich ist... Ja... Mann, Joy-Cons, Junge! Joy-Cons! Hallo und herzlich willkommen, hier ist PeltBase und die Zahnfee, die ist auch wieder mit dabei. Hallo! Ja, diesmal machen wir weiter mit dem Felscup, machen das, ja, im gespiegelten Modus. Beim letzten Mal, als wir den in 150 gemacht haben, da war die Zahnfee nicht dabei. Das heißt, du fährst die Strecken das allererste Mal, aber auch direkt gleich gespiegelt. Das heißt, original wirst du die jetzt nicht fahren das erste Mal. Wir beginnen auch mal, nochmal für dich, wir fahren jetzt einmal London Tour von Mario Kart Tour, Buhu-Tal, ja, von der Game of Thrones, Gewirksfahrt, ist ganz cool eigentlich, und Blätterwald von der Wii. Könntest du eventuell kennen, aber wird man sehen. Die London Tour, die, äh, ist ja cool. Ach. So, die erste Strecke, die jetzt kommt. Ja, ja, London, London Tour. Richtig cool. Ja, eigentlich, falls dir das aufgefallen ist vom Booster-Streckenpass, sind eigentlich immer die allerersten Strecken irgendwelche Strecken von Städten. Ja, ist mir aufgefallen. Einmal hatten wir, glaube ich, Berlin, dann Paris, ne? Ne, Berlin hatten wir nicht, Berlin kommt im nächsten Part. Das weißt du, glaube ich, nur von mir dann, weil ich dir das wohl erzählt habe oder gezeigt habe. Oder weil du das gesehen hast, ein Part oder so, den ich mal gedreht habe, irgendwie sowas. Ja, ja, da fährst du auf jeden Fall an der Berliner Mauer da entlang. Ach, genau, genau, ja, Brandenburger Tor, da fährt man auch entlang dann halt, ne? Ja, hier in London, da sieht man auf jeden Fall das London Eye. Und diese, oah, die Brücke. Yeah, genau. So, das wäre jetzt natürlich mal ein bisschen vorteilhaft, wenn ich jetzt Larry überholen würde. Als ob er gesehen hat, dass ich jetzt einen Grün da auf ihm losschicke und dann werde ich direkt da durchgenudelt von... Wer ist das? Luigi! Jetzt will Iggy noch Windschatten fahren. Alter, der Cup, der startet schon mal nicht gut. Ich... Oh, 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 was tue ich? Wo fahre ich entlang? Wo will ich hin? Krass, ich habe es noch geschafft. Alter, das ist doch... Wie viel Pech kann man haben? Ich weiß nicht, oder? London ist nicht meine Stadt. London ist echt nicht... Ne, kein gutes Omen hier. Alter, Luigi, weißt du was? Du bist so ein kleiner Lutscher. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Jetzt wird es aber Zeit, Mann. Jetzt wird es echt mal so langsam Zeit hier. Dritter. Nein, da wollen wir nicht wieder landen. Ich werde schon wieder fast woanders fahren. Hättest du denn hin? Oh! Ja, sicher. Sorgt dafür, dass ich keine Items mehr habe. Warum nicht? Warum nicht? Ist ja nicht so, dass gleich irgendwie die Ziellinie kommt und man mal so langsam zusehen sollte, dass man die anderen überholt. Und da kommt... Ey, was hat Luigi so gemacht? Ja, Luigi hat irgendwas getankt. Irgendwas, was verboten ist oder so. Ja, ich glaube auch. Aber so richtig, richtig gepanscht hier. Mit verbotenen Stoffen. Wow, das war knapp. Du bist... Du bist doch richtig wahnsinnig. Du bist wahnsinnig. Ey, du bist so gemein. Ich will doch nur drei Sterne haben. Mehr will ich doch nicht. Mehr will ich doch nicht. Ja, ich gönn's dir. Ja. Ich gönn's dir. Aber dennoch... Bin ich traurig. Ich bin sehr traurig. Oh, das Buhu-Teil. Ja, dafür kann ich... Ja, wir... Ja, werden wir sehen. Ach, das weiß ich jetzt schon. Hat viele Unterwasser-Passagen... Die es in der ursprünglichen Gameboard-Once-Version so nicht gab. Ich weiß auch noch nicht mal, wo ich hier langfahre. Ob ich hier richtig bin. Fahr einfach irgendwo lang. Ja. Hab ich ja gerade auch beieinander im Bereich falsch. Hat doch dennoch funktioniert. Erster wurdest du trotzdem. Gott sei Dank. Larry, du bist doch so ein Affenkind. Jetzt kommt Donkey Kong so raus. Du hast gegen Affen. Hey, ohne Witz, ne? Ja. Frag ich mich auch. So, bis jetzt. Erster. Heißt aber noch lange nix. Ja, natürlich. Natürlich. Blooper. Ey, die müssten das wenigstens so machen. Ey, ich bin gerade unter Wasser. Wie kann das sein? Ich weiß gar nicht, wo ich lang jetzt fahre. Toll. Können die nicht irgendwie die Tinte abwischen unter Wasser? Ich fahr voll. Okay. Alles wegen diesem Scheiß-Blooper. Ey, früher konnte man, wenn man so eine Rampe hochgefallen ist, wenn man Speed gemacht hat, die Tinte wegmachen, ne? Ja, wenn man... Ich helfe nicht mehr. Je nachdem, ob du gerade frisch den Speed startest, dann geht das. Aber... Also normalerweise geht's. Aber wenn Blooper dich besprüht, während du gerade Speed schon drauf hast, dann klappt's nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wegen dem Sack bin ich voll in die verkehrte Richtung gefahren. Der ist allgemein sowas von effektiv geworden. Früher war da nie ein Problem. Wirklich nie. Also, so Blooper war schon fast überflüssig. Ich hab auch gehört, ähm... Also, ich hab nicht nur gehört, also es ist halt Fakt. Seitdem es die ersten Booster-Strecken-Pässe gab... Alter... Da gab's halt ein Update zu. Und seitdem ist, äh... Blooper halt schwieriger gemacht worden. Also, der wurde halt quasi... Ja, durch das Update ist er halt schwieriger geworden. Ich hasse diese Strecke. Ich hasse diese Strecke. Tja, das ist, ähm... Ich hab's von Anfang an gesehen und gesagt, die ist scheiße. Hast du übrigens gerade gesehen, wie Bowser da hing? Wenn du noch mal zwölfter wirst oder so, musst du mal drauf achten. Das war lustig. So, Gebirgsfahrt. Gebirgsfahrt ist eigentlich ziemlich, äh... In Ordnung. Ähm... Viele Graden. Zwar auch Kurven, aber viele Graden dürftest du vielleicht einen Vorteil haben. Weil deiner halt auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist. Nicht auf... Nicht auf Beschleunigung, so weißt du. Hier hab ich so ein bisschen mehr Nachteil. Oh, warum bin ich immer zu früh am Start hier? Bin ich denn zu kacke? Wie kann man... Wie kann ich so doof sein? Das ist immer, wenn ich am Reden bin, fokussiere ich mich zu wenig darauf. Ich bin echt zu... Also, ich bin einfach nicht Multitaskingfähig. Das wäre aber ein schlechtes Let's Play dann. Stell dir mal vor, du redest einfach gar nicht. Am besten noch, während du Facecam anhast. Dann sitzt du nur so dumm davor und sagst nichts. Ja, ist lustig. Oh, der wurde in der Luft getroffen. Wow. Luigi, dieses Hodenkind hilft einfach... Den roten Panzer nach hinten, aber hat nicht getroffen. Du Loser. Das ist echt dieser 60.000. Oder? Oh, ich dachte, ich schaffe es links vorbei an einem Helsen, aber irgendwie war ich zu kacke. Ja, genau. Da musst du aufpassen, dass du nicht zu weit fliegst, aber hat funktioniert bei dir. Okay. Oh no. Was hat das jetzt so laut? Was war das jetzt so laut? Ich sehe nichts mehr. Ich habe nur noch Schreie gehört. Ich sehe gar nichts mehr. Das sind jetzt erst einmal von meinen. Vor allem Leuten. Was tue ich? Oh, okay. Okay, irgendwie hat es geklappt doch. Das ist doch... Man ist fast hier nur am fliegen. Ja, voll cool. Wow, das war knapp. Genau auf mich drauf. Genau passend. Als hätte man das vorher noch extra mit ausgerechnet. Und, ähm, ja. Passt wie... Siehst du, du bist Erster. Ich habe doch gesagt, die Strecke ist für dich zum Vorteil. Ja, ich mag die Strecke. Na toll. Was fühle ich da? Es tut mir leid, aber wenn du da stehen bleibst, dann... Überhole ich dich. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Natürlich ist... Ja... Kaum bin ich Erster, kommt ein Blauer. Warum nicht? War bei mir auch. Ja. Ich sehe nichts draus. Scheiße, Alter. Wer ist das? Larry, du... Hoden. Ich habe mich schon... Ja, genau. Larry ist und bleibt immer ein Hoden. Ganz einfach. Er wollte mich jetzt alle komplett verarschen. Ich war doch gerade eben noch... Ja. Gerade eben noch. Erster. Was... Was tut er da? Was hat... Was hat... Als ich jetzt... Nach... Also... Egal. Das ist peinlich. Gerade in der Höhle bin ich vor eine Wand gefahren und habe mich so fest gefahren. Ich kam nicht mehr weg. Ich kann rückwärts fahren, aber ich habe den Knopf in der Schnelle nicht geholt. Und ich war... Das ist natürlich schlecht, also... Aha, Gott. Das ist schlecht. Ach, es geht nur weiter. Wir sind fertig. Das war gerade mal die zweite Strecke, Schatz. Kurze Korrektur. Also, das ist schon die letzte Runde. Haha, ich Idiot. Ach so. Ja. Blätterwald. Jetzt geht... Mann, achte auf diese Buchstaben da unten. Let's... Erstmal durch den Wald. Du magst doch den Herbst und du magst doch Wälder. Ja, aber ich liebe es. Corona hat mein Hirnmatsche gemacht, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Meins auch. Wie ist die Strecke? Ähm, die ist in Ordnung, würde ich sagen. Ja, aber ich kann nicht einschätzen, was du scheiße und in Ordnung findest. Ähm, optisch gesehen dürfte sie dir gefallen. Ob sie dir von Verlauf her gefällt, weiß ich nicht. Wenn ich das so sehe, freue ich mich auf den Herbst. Ey, lass doch erst mal bitte Frühling und Sommer werden. Auf jeden Fall. Sommer, ich liebe den Sommer, aber wenn ich das sehe, freue ich mich trotzdem auf den Herbst. Warum hat Lakitu mir jetzt so... Warum hat er jetzt... Der hat mich voll weit nach vorne geholt. Wäre doch gar nicht nötig gewesen, mein Freund. Ja, ja, ich habe ihn bestochen mit Geld, so. Ey, ey, setz mich mal da vorne ab, bitte. Was tue ich? Ja, das frage ich mich gerade auch. Naja, du bist Zweiter. Und bist gleich im Ziel, also dürftest du ja eigentlich mit der Strecke klarkommen. Irgendwie meine ich das jetzt nur, oder hat mein roter Panzer gesponnen? Irgendwie war das gerade ein bisschen am Rumbacken hier. Irgendwie meine ich das nur. Ich weiß es nicht, kann auch sein, dass ich meinen roten Panzer nach hinten abgeworfen habe. Irgendwie war das komisch. Ja, die Kurve ist immer so ein bisschen... Die Kurve killt vielleicht ab und zu mal. Nö. Nee? Die Kurve habe ich bis jetzt immer gemeistert. Wer war das denn jetzt schon wieder? Ich habe diesen Scheißknopf, weil die Banane gedrückt habe. Wir brauchen echt diesen... Wir brauchen echt den Kuchen. Ja, das auch. Das auch. Ja, Leute, wir sind leider so arm, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber wir fahren immer nur mit diesen kleinen Sticks da hier, mit diesen kleinen Sticks. Ja, mit diesen kleinen Controller halt. Mann, Joy-Cons, Junge! Joy-Cons! Alter, das ist die zweite Runde. Gut, ich dachte jetzt schon... Schade, das ist die letzte Runde. Nein, ich fahre in eine Banane! Ich dachte, das ist die letzte. Nein. Das war jetzt schlau natürlich, den Bob in die Kanone reinzuschmeißen. Das hat nichts gebracht. Wirklich gar nicht. Ich bin sogar Zip da jetzt. Ich weiß gar nicht, was los ist jetzt. Ey, die letzte Runde, ne? Die ist echt zum Kotzen. Ja, nein. Die ist auch ganz klar. Das ist jetzt aber echt mal... Was mache ich denn? Was ist das? Was ist das denn für ein Fake-Scheiß hier? 49. Alter, diese drei Sterne. Alter. Ich bin zweimal Erster. Bin ich so schlecht? Ich bin so schlecht. Oh. Das war doch die letzte Runde. Ich war jetzt selber verwirrt. Ich dachte, jetzt kommt noch eine. Ja, Leute. Wieder mal. Keine drei Sterne. Immer in Erster. Ich... Ich fass es nicht. Es ist genauso wie im letzten Part. Null Sterne. Ich fühl mich echt schlecht. Ich fühl mich gut. Ich brauch noch ein paar Taschtücher. Ich fühl mich gut. Ich wutzel mehr. Das freut mich sehr für dich. Ja, mich auch. Ja, tröstest du mich dann wenigstens, wenn ich weine? Nein. Boah, ey. Das ist doch... Wenn Zahnfie mich schon nicht tröstet, warum tröstet ihr mich dann nicht vielleicht? Das wäre nämlich sehr nett, wenn ihr mich trösten würdet. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder abonniert mich. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, wolltest du noch irgendwas sagen? Ja, du kannst mal einen Yoshi-Stoff dir haben. Ich will deinen Yoshi-Stoff dir nicht. Bringt nichts. Okay. Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Perface und... Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020